So, mal sehen, dass es im Kühlschrank ist. Oh, der ist ja leer. Und hey, Freunde, da seid ihr ja wieder. Freut mich wirklich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn auch du ein Teil der Iki-Army sein möchtest, dann vergiss auf jeden Fall nicht jetzt schon mal einen Daumen nach oben dazulassen und diesen Kanal hier zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, denn dann verpasst du, ja genau du, kein Video mehr. Wuhu! Wenn auch du hier in den Kommentaren angezeigt werden möchtest, dann schreib einfach jetzt ein liebes Kommentar unter das Video und dann kann ich das für dich tun. So, Freunde, das Wetter ist richtig schön und wir waren schon lange nicht mehr da drüben bei diesem Adventure-Park. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Gartenarbeit ganz schnell und dann gehen wir zu Lix und schauen, was der so macht und dann gehen wir vielleicht zu Peppa Pig, weil Leute, Peppa Pig ist einfach in der Stadt und die wohnt hier für ein paar Tage. Richtig cool, oder? So, jetzt erstmal die Gartenarbeit machen. Zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Alles mitnehmen und wieder von neu pflanzen. Immer dasselbe. Jeden Tag muss ich das machen. So, und dann hier die Kartoffeln noch schnell und dann noch die Melonen. Dann alles wegbringen und dann geht's auf zu Lix. Ich freue mich so richtig auf das, was heute passieren wird, ey. Es wird richtig cool. Hä? Warum sind da so viele Eier? Sechs Stück? Wo kommen die denn her? Hallo? Hm, merkwürdig. Na gut, dann kann ich die ja benutzen. Hehe, um später auf Lix zu werfen oder auf Peppa. Das wird lustig. Die behalte ich auf jeden Fall bei mir. So, die behalte ich auf jeden Fall bei mir und jetzt gehe ich auf zu Lix. Hehe. Hä? Noch mehr Eier? Wo kommen die denn her? Na ja, komisch. Äh, so, jetzt laufe ich mal schnell zu Lix. Oh, warum sind da so viele Eier? Was stimmt denn hier nicht? Da ist noch eins. Ist heute irgendwie Tag der Eier oder so? Das ist ja merkwürdig. Und ich nehme mal eine Blume mit für Lix. Die schenke ich ihm später. Hehe. So, Adventure Park. Ich frage mal Lix, ob er Lust hat, mit Peppa Pig da hinzugehen. Hä? Hä? Warum sind denn hier so viele Eier? Hier ist ja noch eins. Was ist denn das? Hallo? Hä? Das ist ein neues Auto. Kann es sein, dass das Peppa Pigs Auto ist? Da ist ja ein Herz drauf. Wie cool. Das Auto ist voll schick. Oh, das ist cooler als mein Auto. Oh, ich bin gespannt, wem das gehört. Ey, ich frage mal später Peppa Pig, ob das ihrs ist. Das sieht so aus wie das Auto hier. So ähnlich. Na ja. So, wir laufen jetzt erstmal weiter zu Lix. La 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 la. Oh, hallo Hühnchen. Hier sind ganz viele Eier. Hast du die gelegt? Und Leute, ich überrasche ihn jetzt gleich. Ich sage ihm erst, dass ich eine Blume habe. Ich troll den jetzt. Und dann werfe ich ihn mit einem Ei ab. Hehe. So, jetzt klingel ich. Lix? Ein Moment, ich komme sofort. Lix. 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 Oh, Icky. Hey, Lix. Hey, na, alles gut? Na du, mein bester Freund? Na, wie kommt es, dass du hier bist? Äh, guck mal, was ich für dich habe. Hä? Eine Blume. Edgy Bad. Hey. Bah, Icky. Hey. Boah, ich muss mich kurz sauber machen. Oh, Lix. Tut mir leid. Haha. Aber warte hier. Hier, ich habe noch eine Blume für dich. Also, die hier. Und die hier. Welche willst du? Die oder die? Die rote. Okay, hier. Edgy Bad. Hey. Jetzt muss ich kurz duschen gehen. Nein, Lix. Boah, was hast du da für ekelhafte Eier? Bah. Tut mir leid. Aber die lagen bei mir auf dem... Naja, egal. Bah. Bah. So, bin wieder sauber. Läuft heute Peppa Pig im Fernsehen, Lix? Ich weiß gar nicht. Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, Peppa ist heute gar nicht arbeiten. Ich habe eine bessere Idee. Wir gehen einfach zu Peppa Pig. Das ist eine richtig gute Idee. Du, Lix. Ich habe auch gesehen, dass vor Peppa Pigs Hotel so ein neues Auto steht. Ein neues Auto? Ja, wen gehört denn das? Das muss ich mir mal angucken. Vielleicht habe ich ja eine Idee oder so. Aber Peppa ist bis jetzt noch gar nicht mit einem Auto durch die Gegend gefahren. Hm. Okay. Na gut. Hm. Bin ich mal gespannt. Aber... Was für eine Farbe hat denn das? Du, guck mal, Lix. Hehe. Äh. Bah. Das Auto ist pink, Lix. Pink? Das passt ja richtig gut zu Peppa. Vielleicht gehört das ja ihrer Familie oder so. Meinst du das da? Ja, genau das. Guck mal, da ist sogar so ein Herz drauf. Hm. Das könnte wirklich Peppa gehören. Komisch. Na ja. Wollen wir mal reingehen? Auf jeden Fall. Vielleicht ist Peppa ja gerade da. Peppa. Peppa, bist du da? Hallo. Ist Peppa da? Hä? Was ist das denn? Peppas Schwein ist da, also muss Peppa da sein. Peppa, Pix, Schwein. Ist die Blume da auf die Pflanze? Guck mal. Hm. Vielleicht darf es das ja. Sonst würde der Hotelier ja schon was gemacht haben. Ah, okay. Na gut, wir gehen mal hoch. Peppa. Peppa? Hallo, klopp, klopp, klopp. Bist du da? Hä? Peppa? Peppa, oh Gott, Peppa ist am Duschen. Schon wieder. Oh mein Gott. Hey, Peppa. Peppa, komm. Wir gehen raus. Hast du Lust zu spielen? Ein bisschen spielen, ein bisschen einkaufen gehen oder so. Juhu, guck mal, Peppa. Hier für dich. Oh, das ist aber nett von dir, Eti. Ja, hier, für dich habe ich auch ein Slicks. Eti, Betz. Ah, Peppa. Die ganze Zeit schon. Siehst du das, Peppa? Ich bin voll mit Eiern. Das kriegt aber Peppa. Hier, Peppa. Eti, Betz. Du hast Peppa auch abgeworfen. So, kommt mit, Leute. Meine Eier sind jetzt leer. Das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Guck mal, dein Schweinchen ist hier nicht, dass es rausrennt. Naja. Kommt, wir gehen, Leute. Komm, Peppa. Wollen wir mal rüber zu diesem Adventure Park? Oh, das wäre eine richtig gute Idee. Kommt, wir gehen mal zu diesem Park. Ich bin mal gespannt, was das ist, Leute. Das sieht richtig cool aus. Wir wissen es ja selber noch nicht so genau, aber irgendwie sieht man immer mehr über die Mauer. Ja, das finde ich auch voll interessant, dass da immer mehr gebaut wird und so. Die bauen auf jeden Fall richtig schnell, so wie es aussieht. Aber ich frage mich echt, wann das fertig ist. Es dauert irgendwie so lange. Es ist schon über eine Woche lang jetzt. Echt? Meinst du, das wird noch diese Woche fertig werden? Oh, das weiß ich nicht. Aber es könnte sein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie schnell das fertig gebaut werden soll. In ein oder zwei oder drei Tagen. Am liebsten bestimmt in einem Tag. Ich bin mal gespannt. Oh, guck mal, Lex. Was ist denn das da? Da oben. Oh, haben wir das nicht sogar schon gesehen? Ist das nicht dieses Zelt oder was auch immer das ist? Oh, Lex. Keine Ahnung. Und guck mal da. Da wird immer richtig mehr gebaut. Oh, das sieht so mega cool aus, Icky. Baustelle. Ich bin so neugierig. Ich auch. Am liebsten würde ich einfach über die Mauer klettern, aber ich trau mich nicht. Jemand hat mal in die Kommentare geschrieben bei mir, dass wir hier hochklettern sollen, Lex. Aber das ist doch gefährlich. Nein, das können wir nicht machen, Icky. Ich schau nur mal so rüber, ein bisschen so. Mal kurz, ein bisschen. Oh, das ist gefährlich, Lex. Oh, ich weiß nicht, was das sein soll. Oh. Pepper, komm runter. Das ist gefährlich hier. Nicht, dass wir noch Ärger bekommen oder so. Komm, wir laufen schnell weg. Hm, was das wohl sein soll? Oh, das tut uns beobachtet. Oh nein, Icky, schnell weg hier. Du bist ein Spionagehuhn. Oh, schnell weg hier, schnell. Das Huhn hat uns beobachtet. Das durften wir bestimmt nicht. Habt ihr Lust? Aber falls ihr ne Ahnung habt in den Kommentaren, was das sein könnte, dann schreibt es doch einfach mal. Ja, unbedingt. Schreibt es mal unbedingt in die Kommentare, Freunde. Du, Lex, Pepper, habt ihr Lust, zu mir nach Hause zu gehen ins Baumhaus? Ja, klar. Echt? Okay, kommt mit. So. Ich liebe dein Baumhaus, Icky. Was ist das denn hier? Hä? Was liegt denn hier für komisches Zeug rum? Vielleicht war das ja von diesem einen Typen, der uns immer alles klaut. Oh, was? Aber von wo hat er dann diese Hacke hier geklaut? Und das Weizen und dieses Hähnchenfleisch? Komisch. Weiß ich auch nicht. Ich behalte es einfach mal für mich. Okay. Baumhaus. Okay, Lex, wir kommen gleich. Guck mal, Pepper Pig. Ich hab ne Idee. Wir, ich platziere hier ne... Hä? Was machst du denn hier? Hey! Hau doch nicht, Pepper Pig! Oh! Pepper, nein! Nicht hauen! Leute, hauen ist keine Lösung! Stopp! Du bist doch der Typ, der immer alles bei uns geklaut hat. Stopp! Hey, lass Pepper in Ruhe! Ich hab auch ne Waffe. Hier, Edgy Badge, geh weg! Edgy Badge, ich hol Lix. Lix hat dich letztens verhaftet. Aua, Pepper Vorsicht! Lix! Was ist denn da unten los, Icky? Lix, komm schnell runter! Was ist los? Hier ist der eine Typ, den du verhaftet hast. Ich weiß nicht. Schreib mir in die Kommentare, wie der heißt, Leute. Meinst du, dieser komische Junge? Leute, hört auf euch zu hauen. Hauen ist keine Lösung. Aua! Jetzt kriegst du... Hör auf! Lix, komm schnell runter! Ja, warte, ich komm sofort! Er haut ab! Ist er noch bei euch? Er haut ab, Lix! Oh nein, warte, 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 ich sitz gerade auf dem Klo! Pepper, komm schnell! Der Typ ist gefährlich. Der hatte nen Messer oder nen Schwert dabei. Nen Messer? Das war ganz... Lix, bleib oben in Sicherheit. Pepper und ich kommen hoch. Komm, Pepper, wir gehen hoch zu Lix, okay? Ist der Typ denn komplett verrückt? Mach die Tür zu? So, wir kommen hoch, Lix! Alles klar! Oh, Lix, da bist du ja! Oh, das war gerade voll verrückt! Sorry, ich hab's nicht geschafft. Ich... Äh... Ich muss mir noch den Schuh zubinden und so, weißt du? Du hättest die Waffe nehmen sollen und ihn dann verhaften sollen. Der läuft da unten noch irgendwo rum. Sieht ihr ihn noch irgendwo? So ne Gemeinheit, aber du hättest sehen sollen, wie Pepper ihnen eine gegeben hat, mit der linken und dann einmal mit der rechten. Das war richtig cool, Pepper. Ihr habt euch geprügelt, Pepper? Alter Schwede! Pepper, nicht schlecht! Das war richtig cool. Pepper ist voll stark, das wusste ich gar nicht. Oh, krass. Mit ihr würde ich mich niemals anlegen. So, und wenn du das Video hier cool fandest und das lustig fandest, dann kannst du ja einen Daumen nach oben dalassen und den Kanal hier abonnieren, denn dann verpasst du kein Video mehr und dann betrittst du der Icky-Army. Schau auch unbedingt mal bei Lix vorbei und ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüssi! Tschüssi!